Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Neun Personen haben in diesem weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 7,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford auf Lager 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 Ständig 1000 Ford auf Lager